Mein Fehler! Hey! Aus erhöhter Position sondiert Spider-Cops sein nächstes Ziel. Den zweiten Kontrollturm. Du kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Cops nie richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Volltreffer! Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Oh, wow! Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Ich habe vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Wie viele davon wohl in der Stadt verstreut sind? Noch da? Es gibt einen Überfall. Ein paar Blocks entfernt. Spider-Cop ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne. Ganz Korb. Meine verletzte Schulter war schnell ver... ...dass du denkst... ... zu sehen? Das war's. Das war's.